hallo zu meinem 1000 abonnenten gewinnspiel im voraus noch mal vielen vielen dank dafür dass wir nun endlich die 1000 abonnenten auf instagram erreicht haben und wie versprochen gibt es dann jetzt das gewinnspiel ihr könnt dreimal eine horror zaubertasse gewinnen da blende ich euch hier irgendwo ein wie die tasse funktioniert damit ihr wisst was ihr damit denn anfangen könnt und es wird dreimal eine original verpackte ghostland dvd geben cooler film muss ich auf jeden ich habe mal das media book hier klasse film ja was müsst ihr dafür tun um angehenspielen teilnehmen zu können auf youtube müsst ihr einfach nur einen kommentar hinterlassen egal was einfach irgendeinen kommentar dann den beitrag leiten und ein abo hinterlassen also den kanal horrorfilm 100 abonnieren auf instagram und auf facebook wird es noch mal einen separaten beitrag geben unter dem ihr dann teilnehmen könnt das heißt wenn ihr das video hier bei instagram oder auf facebook seht dann könnt ihr das natürlich auch liken und kommentieren aber das garantiert euch keine gewinnteilnahme dafür müsst ihr den separaten beitrag der kurz nach dem video kommt und auch sicher in die kommentare noch mal geteilt wird kommentieren und müsste einfach nur das tun was im beitrag ja vorausgesetzt wird und schon nehmt ihr am gewinnspiel teil ich wünsche allen teilnehmern viel erfolg das gewinnspiel läuft bis zum 9 august und ja ich werde euch dann direkt kontaktieren auf dem auf der jeweiligen plattform und was soll ich sagen viel glück viel spaß bei der teilnahme und nehmt fleißig fleißig teil aber ihr solltet ihr den kleinen durch die blouse ja ihr könnt ihr euch machen und ihr könnt ihr euch mal Untertitelung des ZDF, 2020